Liebe Leute, Grüße zum Tipp des Tages, PC-Tipp des Tages von Nominutka Winter Heute ein Schreiben auf dem PC wiederfinden, den man vor Jahren geschrieben hat und ich suche mal weiter Liebe Leute, Grüße zum Tipp des Tages Wichtiger Tipp Einmal anhören, das Bett war ein ganzes Leben, auf jeden Fall ich jedenfalls Meine Freunde, vergisst du was alles wieder? Ich hatte auf dem PC vor ein paar Jahren geschrieben über das Jugendheim und habe jetzt nichts gefunden hier auf auf dem Desktop in meinem Dokument habe ich nichts gefunden und da fiel mir ein, das gibt doch die Suchfunktion ich zeichne euch das mal wie man einwerten kann auf dem PC, auch beim PC da auch wir müssen da nur einen Stichpunkt eingeben funktioniert mit Windows-Lichtern, weil Apple wahrscheinlich auch so was ähnliches da gibt es da müsste eigentlich da sein und zwar habe ich mir gedacht, es gibt doch hier die Suchfunktion und ich habe jetzt einen Brief bei Jugendheim gesucht weil das in Oelde nie besucht wird dann habe ich eine Liste gemacht, wann die Leute da sind und dann habe ich hier oben eingegeben fiel mir ein ich hatte mehr Briefe geschrieben und habe die jetzt nicht wiedergefunden das ist sehr wichtig, es geht um 500.000 Oelde für Oelde, die man entsparen kann und dann fiel mir ein es gibt doch so eine Funktion, wo man alles wiederfindet, was hier in Word geschrieben ist da habe ich einfach oben ein was hier noch bis weit genug gesund ist ja jetzt weiß ich es noch wenn da oben ein und hier wird das Vorstehen Jugendheim und hier macht der Vorstehen was mir gar nicht angeht, über das Internet ist das wahrscheinlich Jugendheim verkaufen Gottmarie Oberstdorf und das ist wahrscheinlich Internet und dann habe ich nichts gefunden dann guckt man hier auf Supermachie und findet dann jetzt findet ihr nur eins ne, alle elf Dokumente anzeigen also ich habe schon elfmal Brief geschrieben wo das Wort Jugendheim vorkommt wenn ihr im Web was geschrieben habt im Text und das Wort Jugendheim kommt vor die ganzen Texte findet ihr vorhin habe ich nur 5 Uhr gefunden wahrscheinlich habe ich da eigentlich noch weiter geklickt es gibt sogar elf Brief, die ich mit dem Thema Jugendheim geschrieben habe und zwar hier von 1914, 2013, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2014, 2013 und 2015 die paar sind wahrscheinlich gerade doppelt weil ich die jetzt woanders gespeichert habe die Zeit sind jetzt alle an aber so könnt ihr, wenn ihr auf dem PC was gefunden habt geschrieben habt auf dem USB oder Festplatte ich mach mal zu gibt es überall manchmal ist es hier unten dann muss man das Suchefeld eingeben es ist immer ein bisschen verschieden in der Version dann geht man hier und dann da unten ist es ein Suchefeld manchmal du warst früher und ab Windows 8 ist es ja hier Suche und da kann man alles suchen was auch am PC ist aber wenn ihr irgendwie gar mehr Papier habt oder findet irgendwie mehr dann könnt ihr alles suchen oder wenn ihr bei einem bei einem Freund seid am PC oder bei eurem Feind gebt dem Wort ein und es sieht alles was er zum Thema geschrieben hat was gespeichert ist auf dem Computer ich habe auch schon mal gesucht hier zurückstellen ich finde das nicht mehr aber gebe ich mal ein zu zu dem was ich schon vorstelle PC ausschreiten zurück zurückstellen weil man kann den PC wenn man Virus hat zurücksetzen auf den letzten Update und dann ist der Virus wahrscheinlich nicht da dann gibt es ein Zeitfenster einmal dreimal ein Jahr man weiß ja ungefähr wenn man das kommt macht man davor und dann ist der Virus deaktiviert und früher war es einfach zu finden jetzt ist es nicht mehr so einfach wenn ihr einen zurückstellt dann sagt er hier zurücksetzen und dann kommt man dahin wie man es zurücksetzen kann ich zeige euch mal kurz ob ihr es jetzt findet hier ausschalten hier Passwort zurücksetzen einfach zurücksetzen einfach zurücksetzen äh äh Limite zu lang ausgewählte Apps hier Chernobyl trotzdem nicht auf jeden Fall kann man so alles bei ab Windows 8 finden. Ich muss jetzt weitersuchen, andersrum eingeben, es gibt es bestimmt die ganze Funktion, oder wenn man Word nicht findet, wenn das nicht angezeigt fehlt, das war immer so, die ganzen Programme hat man nicht gefunden, von da oben, Word an, ich habe kein Word, ich habe nur das Word von OpenOffice, mal gucken, da sagt der Word-Bet. Ich gehe mal auf Word, was er dann sagt, da ist ein Video, wo Word ist, habe ich mal gespielt, und hier ist das Word-Bet, da kann man, das wird mit Noten zu schreiben, ich habe jetzt das Word von OpenOffice, und dann geht man hier oben ein, OpenOffice-Reiter, das ist das Word vom, vom, äh, und dann kann man von schreiben, wenn man es nicht kennt, und wenn man das auf dem Distort haben will, mache ich mal, ja, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, äh, weil, ich hatte mal, offene Dokumente, habe ich einfach, äh, eine neue Seite gemacht, ich gehe gerade ein, nicht Word, sondern, äh, OpenOffice, das ist so wie das Word, da gibt es den, ganz zu viel, der funktioniert wie Excel, die ist, äh, zum Malen, die ist, äh, Met, und, äh, gibt die ganzen, was es in, äh, in, 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 in Word gibt, auch da, und dann gehe ich mir hier auf den Reiter, und, und, versuche den jetzt mal auf den Distort zu machen, ich will gucken, ob ich den einfach, ähm, von der Taskreise durchführen will ich noch nicht, äh, von Startlisten, den installieren, den neuen Fenster öffnen, ernsthaft, ich wollte den eigentlich nur kopieren, vielleicht können wir den drüber ziehen, geht auch nicht, ähm, ähm, ne, auf jeden Fall, so könnt ihr alles finden, äh, was ja auf dem Kabuter ist, und, wenn es nicht auf dem Kabuter ist, legt alte USB-Sticks und alte Festplatten ein, dann findet ihr alles wieder, was ich mal geschrieben habe, müsst ihr noch Stichwort eingeben, ok, jetzt wählen wir jetzt um lang, und dann zieht es von 8 Minuten, und nochmal ein Fenster, haben wir zu viel geöffnet, Ok, ciao Kakao, bitte abonnieren, und so könnt ihr alles wieder finden, was auf dem PC ist, oder auf der Festplatte, so, und was wollt eingeben, in den Suchfeld, und dann findet man alles wieder, ciao Kakao, bitte abonnieren!